ok dann das ist das muschers in ruhe ok 321 mobile leute und herzlich willkommen zur nächsten folge infinite fusion mit dem grotty hallo haben wir noch genug items wir haben schon lange nicht mal aufgenommen 21 fusion bälle ich habe noch 46 milch ja 19 19 fusion bälle muss ich habe 18 drei mussten reichen wo müssen wir nach hier runter hier runter was gibt es hier für bären und citrus wäre die weg sowas von benutzen die citro wäre ich weiß ja nicht du bist glaube ich ein bisschen weiter eingelaufen muss ich da kämpfte gegen seinen müssen wir hier surfen oder zertrümmerer ich glaube nicht mein gott mich regt es jetzt schon auf dass ich keinen schutz eingesetzt habe wenn ich auf fight drücke wie komme ich dann zurück warum mit x stimmt bei wir auch wir müssen brauchen wir jetzt hören oder zu trümmerer und beides nicht zu trümmerer brauchen wir nicht weil wir haben die spitzsacke aber ich denke wir brauchen es kommen diese bumm sei hier vorbei ich glaube da müssen wir links surfen ach komm alle ich immer mich schau jetzt ob ich einen schutz dabei habe ich gehe mir jetzt schon auf die nerven ja ich muss noch mal zurück also kein schutz nein da liegt das safe ein item dafür liebe ich das game dafür auch aber davor war es ja so bei der alten version dass die musik sich verschnellert hat echt ist mir nie aufgefallen deswegen haben wir es ja nicht so oft gemacht ich habe das immer gemacht aber mir wäre nie aufgefallen ich habe da nie darauf geachtet glaube ich habe es immer beim empfangen von pokémon gemacht oder gegen wilde pokémon kämpfen aber bei mir ist die steuerung ein bisschen gerne sitzt der ist jetzt l1 und nicht mehr l2 das speed button ja bei mir auch komisch also nur wenn man wasser l1 und wasser l2 ist ich habe lt und ja der grüße ist der und der obere ist der obere ist bei mir jetzt auch und der untere war es halt immer ja wasser wasser benutzt sogar von kontroller ps4 oder warum l1 kann uns für den xbox controller und der schutz gegeben danke bro ok wir waren jetzt ich weiß ja auch warum ich aus der höhle rausgehe ich bin jetzt aus der höhle rausgegangen den speed button zu benutzen um dann wieder in die höhle zu rennen ich war so in dem film tritt gerade mit dir zu labern dass ich das eigentlich vergesse schutz zu kaufen ich bin dafür dass wir direkt unmittelbar nach dieser solik eine neue solik schlafen nur für diesen moment ich war ja an sich die schwarz und weiß ohne randomizer ohne randomizer ohne randomizer oder höchstens mit einem randomizer der aber nicht komplett randomized ist sondern so dass jetzt zum beispiel da wo du dusselgur fangen kannst jetzt zum beispiel der auch ein starrer lily fangen könntest so mäßig also nicht komplett sondern ach du heilige scheiße fuck ist er denn das ist ein flunkiefer das ist nach der du die buch und das und warum sieht er dann so komisch gelb aus oben der custom dann kommt sowas wieder raus ist ein cooles pokémon da kommt sowas bei schwarz und weiß habe ich die wirklich durchgespielt ich mir das teuerste schutz direkt holen jaja das hält am längsten komplett meine eier ich habe 30 von denen warum wurden die nicht angezeigt schön in der zeit sind ja auch bärin gewachsen alter wie lange sind wir jetzt in der aufnahme gut sechs sieben sieben minuten und ich habe nichts geschafft ich habe es mir keine ahnung wo wir langen müssen so digger das ist ein encounter für uns ich habe gerade angst weil gerade wurde mir angezeigt bei dem maximalen schutz ich habe nur einen davon aber keine ahnung war irgendwas anderes irgendwas anderes drüber wurde angezeigt 30 nochmal wäre ich aber nicht nochmal weggegangen da hättest du es durchgezogen jetzt ja denke da wären mir die ganzen pisser egal gewesen wo muss ich überhaupt hin ja das war ich da bin ich jetzt ja hier unten ist ein labriss auf jeden fall ich weiß nicht ob wir das als ich weiß nicht ob wir das als encounter nehmen dürfen ich habe nur hydropumpe auf meinem wasser pokémon was aus zwei wasserstartern besteht willst mich einen komplett für blöd verkaufen hast du nur gemacht das eine sieht aus wie eine wasserattacke weil es blau ist warte mal was hat das sah gerade so aus als würde der explosion einsetzen aber war was anderes zum glück als ob der zweimal den gleichen bisser hat also nicht komplett den gleichen aber ach komm oh lol der hieß Grotor das pokémon hieß Grotor gefühlt immer wenn ich so von den animationen so attacken sehe habe ich immer angst dass sie direkt wir balken dann bei meinem so und tot das sieht mir stark nach dem elektro pokémon aus hier ist ein ausgang hier ist auch ein ausgang boden also elektro war doch nicht sehr effektiv auf boden oder bin ich grad bescheuert elektro konnte boden gar nicht treffen ja ok dann ja ich dachte erst nicht dass ich jetzt falsch denke oder dass es andersrum ist der ist ein feuermond was ist das denn volter es muss punita und voltoball sein punita ja ja lol guck mal tut mich fassen dutig in was ein dutig ja dutig ja dutig Digga ich will nicht wechseln Digga pissig der ist flugscheiße Was? Er dreht sich einfach zu mir Digga, was war denn das jetzt für ein Mon? Das ist... Nobilikat Hab ich irgendwas mit Kampf? Unlicht Ich bin ohne Licht, das ist schlecht Ich weiß nicht, wie lang geht denn überhaupt noch das Game Nur noch die Arenaleiter oder was gibt's denn noch? Ja, aber wenn ich hier bei Pokémon rausgehe, dann ist es wieder B Ich glaube nur noch die Arenaleiter und dann gibt's noch so'n Endboss wie in Gen 2 Keine Top 4, nicht die Top 4 Ne, die haben wir ja schon gemacht Top 4 in der Dings-Yoto Ne, ne, das ist dieselbe Achso Oh Gott, warum bin ich drin geblieben? Gott sei Dank ist das ein Idiot Ja, ich dachte mir, es ist zwar schlimmer, dass ich drin geblieben bin Aber ich hab mir's dann eingefallen Überall drin, aber hier ist so'n Weg Ja, da ist ein Weg nach draußen, den konnte ich aber noch nicht anschauen Digga, aber auch habt ihr alle in den Mund hier Ja Wir wissen, was hier unten denn was ist Ach ja, hier geht's noch weit Vor allem, die sind Level 44 Wir sind Level 70 bis 80 Ja, wir sind ein bisschen Overleveled Bisschen sind wir Overleveled Ein bisschen Overleveled Ein bisschen Overleveled Ein bisschen Overleveled So, können wir hier nach draußen schauen Oh, Ruins of Alph Alph Ja, okay, hier könnte ein Chamber E Loll was? Hä? Dwellend Effekt Achso Achso, okay Ich hatte gerade Angst, was war da? Können wir jetzt hier können wir noch einen Counter Chamber E War das mit den Dings? Wie heißen die Dinger? Cognitor? Incognitor, ja E-Cognitor Touch the Stone Table Keine Ahnung, habe ich gemacht, das was passiert Berühren Berühren Aber ich habe einen anderen Ausgang gefunden, da ist hohes Gras Heißt, da können wir einen Counter holen Oh ja, über uns da mäßig Genau, also diesmal jetzt keinen, Max Repel Ja, hol du dich schonmal Wie heißt das? Ist das immer noch? Dings of Alph? Ja, das sind die Ruins of Alph Hä, gegen ihn habe ich auch gerade gekämpft Ja, da sind zwei Trainer drin, die dieselben Pokémon haben Die haben wirklich dieselben Pokémon auch wieder ein dings der sieht cool aus mit dem katsch in sich drin pikanik los er ist der zyte mega ja das parkball wird gar nichts bringen doch okay ist ja ja leck mich am arsch mit einem nassel das sind komplett die gleichen und schreibt man doch mal auf elektro psycho ist aber eine coole combo am in elektro psycho mit omega pikachu ist das was gibt es psycho elektro pokemon sagt uns gar nichts stimmt lege oder so lol ich sollte dings mal von der ersten stelle runter ok alola reitsch ist psycho elektro natürlich nicht den kollegen egal was ist was bist du denn da muss sein sein kann wieder einen alten komisch dass sie es nicht gefixt haben ich glaube die sind ziemlich stabiler ich glaube nicht dass gewollt ist das nicht ich habe nicht versucht den gerade einzusetzen vielleicht haben sie es gefixt vielleicht kann man den mal draufwerfen ich nenne jetzt aber an das geschrieben reitschuh du wixxer zähmler oh nein warte ich muss meinen schutze wieder einsetzen zähmler zähmler was gibt es noch hier so gleich drückwisch gleich geschaut zum glück habe ich sam lagen bekommen wäre auch cool gewesen ne auf keinen fall doch richtig also wenn der zyto mega sterben sollte wissen wir was wir eins ins team nehmen können aber ich glaube ich glaube dann passiert auch nichts vielleicht muss man einfach mal über einmal berühren vielleicht ich kann mir gut vorstellen dass wir bis zu einer hohen arena nichts mehr verlieren werden das haben wir auch nach der top 4 gesagt haben wir in joto was verloren ja in der letzten arena in der letzten folge wir waren in der letzten folge in der arena ja in der letzten folge müsste die arena gewesen sein und dann haben wir danach den counter geholt und haben äh juan und weiß nicht wie du gekriegt oder wie du ihn hast dann sind wir ja gar nicht äh overleveled dann doch nicht wenn ich so nicht overleveled ich weiß gar nicht mehr wie du gestorben ist oh gott ich muss den spew draus machen so hier liegt ein pokeball ein äther äther äh ich soll mal abspeichern tier ist ein believer danke ich geh hoch da hin bei der bohle ich mir nicht hier liegt onion kelly bei mir war auch gerade ein äther oh no also ich denke mal ok jetzt sind wir da jetzt sind wir da hyper potion hyper potion hä da oben liegt ne dings kann es sein dass dadurch dass wir die version gewechselt haben das alte 9 das item äh warum hätte ich nicht hinbekommen können ja cool geile fusion never hoffentlich setzt er keine explosion hätte stand gerade diese drei punkten habe ich dumm ja ein great ball stand da zwar aber ja bist du hey irgendwas zum heilen was nicht gern fresh water hier schluckt das wasser buch mir lol die animation von z kopf stoß der geil aus ich habe gar nicht mehr im kopf ich habe dir gar nicht hingeschaut ja komm leck mich am bro was soll das ich kann mich nicht daran erinnern dass sie so aussah in der anderen version hier guck ja das ist neu und cool warte ich warte bis zu den typen besiegt das der mit zu sein mit dem 1 ich lass es jetzt hier liegen zink lohnt sich nicht also ciao der hat mich genauso angegriffen der guckt mich von der seite an ja mich auch wow lavita pikachu oder was ist das retalii was retaliant das ist so ne zacke ok das ist nicht so cool lohnt sich nicht also geh ich da nicht hin ja ich möchte gerne noch mal einen schutz einsetzen danke ist die attacke eigentlich das ach nee noch mal kämpfen bevor wir raus können äh wir haben polisperm in der folge noch gar nicht gesehen deswegen let's go polisperm ist das neuer ort gute 32 ich denke ja wir haben auf route 33 was gefallen ja aber der ist gerade so theoretisch rückwärts durch die äh youtube region fuck ich hab ich hab kurz die pausen weg machen euch hat man sie zu dre contexts ich snowflake klug was eben schon die ora ich habe mit wenn wir die das ist ja sammeln dann 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 darfst du jetzt mal das erste drin ich höre mir großzügig wow hab ich schon ich hab nicht gerade im team laffitel muss das sein ich hab da auch ein fluffy teil gekriegt ich weiß auch nicht was es ist lol das ist cool das ist ein sepa kandama ja das ist dieses kleine sepa da auch drin liegt und wir wissen es jetzt schon wir werden es nie einsetzen weil ich jetzt nämlich scheiße krieg nein hast du den stich schon ne hab ich nicht doch mann alter der ist so cool aber außer deins ist normal vom ersten typ ja kein gamma könnte er dann darf ich das nicht benutzen wasser ach mann kann ich nicht einmal was cooles kriegen einmal tangana das ist ein mode normal ne ne das ist normal cool pipori kann irgendwas das ist purifah wenn dein slip oder so purifuck wo wollen wir lang oben oder rechts rum hm und dann geht das hier system gedribbelt ok wir gehen hier lang wenigstens hab ich nicht den gekriegt fuck you ich hätte es ja aufgesagt nein du gehst so um lang lol ich dachte das ist der moment wow ich dachte das ist so der der weg way to go aber nein war es nicht Überreste sind schon was cooles ja überreste sind oh lol da war ein doppelkampf rund captain level 80 lol guck dir mal sein gesicht an lol gegen dich kämpf ich jetzt ich hab ich hab die ganze gute umlaufen passt jetzt den richtigen lol es ist noch nicht mal kasten das ist egal du kommst du kommst mit beiden wegen dahin wo du hin willst soll da die knaben ja scheiße auf der seite wirklich doch die sind er denn aus ja das war mit pitts war das what the f hell ja warum nicht machen wir auch ein bisschen müssen wir auch ein bisschen die zeit vertreiben bis du endlich mal hier bist ist ich der schon drei städte weiter ist körper so saul haben wir glaube ich heute auch noch nicht gesehen geradeaus geradeaus oder ja geht geradeaus da wäre fast ein doppelkampf gewinnen aber passiert denn nichts und dann du bastard ich glaube hier links müssen die ruinen nochmal sein ja runes of alf alf chamber a nein ich er schon wieder wer ist das das ist eusin das ist der äh der bastard der ist der bastard der uns miauto verkauft hat und dann die flagmons äh fast umgebracht hätte perfekt ich glaube wir müssen die ganzen chambers hier ähm der reihe nach abklappen dabei habe ich jetzt müssen wir das ja was bringt es uns ich weiß nicht was es bringt also müssen wir es nicht aber ich will es herausfinden ich mach das jetzt eieieieieiei oh viola city oh wer bist du denn bei dinge wir weißt du wer der pisser hier ist äh ich sehs hier nicht so weiter ich hab ich hab's vielleicht also bei 26 minuten lol c war jetzt falsch ach jetzt will ich nicht mehr komm zu dir komm zu mir mal kleiner schatz wesenhausen die mir noch alles drinnen war ich ja also müssen wir jetzt sowieso nach oben Das soll ich sehen, ja. Der steht da unten. Er sagt nur, du wieder. Er geht zu den Ruinen. Da ist ein Legi in den Ruinen. Da müssen wir doch hin. Egal, bei uns wird das kein Legi sein, weil es fucking random ist. Ja, aber es ist ein Encounter. Wir machen nicht dieses Ruinen-Rätsel. Okay. Du kannst es gerne machen, aber ich mache es nicht. War nicht hier sonst die Arena? Nein, nein. Aber hier ist der Fenster-Turm. Wir müssen wieder auch hoch in Legi. Vielleicht gibt es auch ein Ho-Hou. Was? Ein Ho-Hou? Ja, Ho-Hou-Hou. Ho-Hou-Hou. Aber ich glaube, vielleicht gestorbene Ho. Ja, der Ho auch. Äh, wo? Waren wir denn der nächsten Folge, die wir noch machen? Ja. Ich muss schon sagen. Oh, Lul, wir können hier ein Pokémon anfangen, in der Violo City. Ja. Perfekt. Ja, machen wir auch nächste Folge. Wir sind bei 28 Minuten, fast. Okay. Dann war es das mit der Folge. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Gaudi vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Love. Tschüss. Schaut bei Gaudi 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 bei Gaud